Wir sind an der Swiss Music Awards und ich habe gestern Nacht ganz viele Songs illegal runtergeladen und versuche für dich jetzt eine Unterschrift von der Künstler zu bekommen, dass es bei eBay nachher mehr Geld gibt. Ja, dann schreib das nicht. Ich bekomme einfach mehr Geld online, wenn ihr es unterschreibt. Dichtig kaufen, dann ist gut, dann können wir es auch unterschreiben, aber so nicht. Wir haben die Songs illegal runtergeladen, aber einfach damit es mehr Geld gibt online habe ich eigentlich noch eine Unterschrift von dir. Und wer kommt es rüber? Das SRF. Wie heisst auf Französisch, ich habe illegale Songs runtergeladen? J'ai téléchargé des Chansons illegalement. Oui, c'est ça, je veux faire. Kannst du mir eine CD unterschreiben, bitte? Eieieiei, was ist das? Das ist gar nicht... Es ist eine Serie. Unterschrift mit Eliane. Ja, unterschrift mit Eliane. Das Illegal, aber glaube ich. Natürlich. Also das ist ja das, was unsere Jugend nicht machen, um mit liebe Zuschauer zu schauen. Wer ist ein besseres Vorbild für die Jugend als du? Ich, und das sollte man ja nicht machen, aber ich unterschreibe das, weil der finanzielle Nöte hat. Es gibt halt mehr Geld auf eBay, wenn dein Name drauf ist. Fuck you, man! Fuck you! Das wäre super. Wie viel? So 100 Franken oder so? Würdest du die CDs nehmen und mir dafür das Swiss Music Award geben? Es tut mir leid, aber wir können das machen. Machen wir! Auf! Die ist dir, okay? Machen wir so. Alle CDs habe ich, bist du sicher? Ja, ja. Super. Ja, nein, jetzt ist er kaputt. Ja, die ist schon, sorry. Du bist so. Ja, da bist du sehr. Ja, die sind es. Ich bin sicher. Hu, ich bin sicher. Ich bin sicher. Vielen Dank.